so alle leuten dass wir konzern ein stream ja und 40 wie 40 11 11 30 und ja ich habe ein bisschen gewann und ich bin jetzt schon der stufe habe ich jetzt schon alle hausform abgeschlossen und und ja ich ich bin ja auch der modus hier ich habe die modus die schweig es war ganz wenig für ganz kurz zeigt und ich habe das gefühl dass ich noch mal schaffen können was ich denn da bin ich nicht da sieht ganz immer noch nicht oh das ist wirklich so und ich habe mich auch mit baum verbessert kann ich gleich noch mal zeigen ist also ich bin jetzt nicht gut drin aber ich kann es halt ein bisschen wenn ich einmal den dreh raus ich bin keine noch keine Das ist ein ganzes Team. 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 ich hab die runde echt noch gewonnen alle team jetzt der letzte team ist das ist so eine sekunde davor geläftet das war sogar so dank du hast ja bald 50 wie du hast 7 13 20 48 ich komme heute ob die grafik passt trotzdem fisch an dieser luft warum ist warum weißt du ich bin hat ein bounce von dem port of fortress runtergesprungen habe ein jetpack aktiviert wird gucken ob man trotzdem auf welcher anklingt ich mache trotzdem falsch an junger ich habe doch nicht meine vorstelle auch müssen gruppen keiler reaktive gleiter gibt keine der funktionales die sollten lieber die selber noch mal überdenken die funktionierte scheiße sind dann fliegt er noch und ich kann ja ich muss ja ich habe auch privat damit keine komische kinder beitreten habe ich auch hab du eingeladen also jetzt gucke ich mir gerade sogar wenn ich aber das nicht mehr das können wir alle bitte in kommentar schreiben wir mir gerade zu gut wären mit epik ist richtig sozial arbeit kann sogar noch nicht aufhören jungen oder das leute zu tun aber wir gehen dann in den spielchat wir gehen jetzt in den spielchat jetzt hatte ich auch wo ich mich als creator beworben hab ja das stand so wir informieren einen so ja das dauern wir bis jetzt noch immer noch keine ich habe eine nachricht so ja du kommst dafür leider nicht in frage und dann kam so ein paar minuten später ja so wir haben einen mitarbeiter informiert vor allem das spielst du es was die kürtelte 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 ich hier die lucht die lucht fast ok komm wieder party das ist glaube ich besser das redet eh keiner so wie noch einzuschlauer warum und die menschen ja ich habe ich hatte mich einmal mit meinem modus ich konnte mit dem ich hatte nicht so wegen wegen tomaten ich bin auf der bürgerseite aber so langsam versuchen wir bürger und tomaten friedensvertrag zu hast du die tomaten gebaut da sind wir da oben das gute ist hier ist nur ein loch wo man ich hätte gerade eine runde das habe ich eine falle platziert sind zwei leute reingelaufen und dann wie man das keine holz warum ja ich hatte meine falle hierhin platziert hier da ist die wand es ist richtig mies ist einer eingesprungen reingelaufen und du musst hier einfach so kurz hier hatte ich auch der 2 jetzt ist sogar dann in der wand die in der treppe ist aber noch am besten sie war durch zu verendet und sich dann guckt man nicht so hin und es sieht aus wie stein die frage ist der getrunter ich sehe mich direkt hier von 19 gegeben ein headshot weil noch ein headshot hat beide kommt einer mit dynamit weil man sie dann mit haben kann oder wie weil man sie dann mit haben können ist klar habe ich einfach drei leute geholt ist eines groß sicherlich schnell einfach ein boxen kann ich liebe es ich habe nicht einfach eine bauliche ich habe kein materielles problem ja ich habe richtig viel unmaterial ist bitte ich wollte skype ich nee ich mag das nicht so ich mag mehr rein rennen und kills machen die elite agenten hat einfach 200 leben stadt hat dann ist ja ein stück von mir so ich habe ein schild von groß wenn ich mir gerade das ist dann der einzige die ohne die sie die die mit dem er einfach nur der einfach gar nichts gemacht aber ich gar nicht so sind seine um wenn ich hier weihnachtsgedäte ein wenigstens seine weihnachtsgänger wird einfach so granatwerfen dachte ich mir voll nur aber mit ihr dann gern dann nur 28 schaden macht das finde ich ein bisschen komisch prinzischen zu zonen und warum denn genau ich liebe also genau deshalb deshalb weil das ja blieb ich den modus wenn man einfach nur packen hat die machen meistens beantworten es ist nicht mehr kann ich wissen ich bin trotzdem um um es angeboten für die ziel einfach kein kehrt und zu erledigen ich bin er vorbeigelaufen von ich bin bei einer der Schöpfung also er kommt gerade runter ach so das heißt du wirst mich wenn dann hast du schon pump kann also rauskommt über ich gerne nehmen das rausgekommen wenn die minis was ist das für eine waffe ich habe noch eine epische ich bin der verbindesdecken kann zumindest mit dem jungen ja okay jetzt mit der team mit einfach so dass er hat rote pump gar nicht ich liebe ihn er weiß also er sieht man sieht auch an meiner pump können dass ich kein fake ausgebilden ich habe eine rote die team jetzt kommen langsam zu uns geben noch 40 leute im modus er hat uns hier ist ein kill gemacht aber wir sind leute ja weil wir kommen das ist jetzt ihre drei machst du schmeckt ich habe granaten als sie es war die granaten ich habe ihn getroffen ich habe ihn genockt der granaten hier war ich gerade zum gegner 2 ich bin halt richtig krank der team hat einfach nichts gemacht ich habe ich habe die und die momentan habe ich nicht zu erhält es gibt das leben ich habe nur zwei ja ich weiß ich habe mich bei einer ich habe einmal granaten schaden mit granaten gemacht ich sehe die ich sehe die sind bei 300 und dann ist einfach auch meine anderen granaten reingelaufen bei 300 zu diesem ging bei den berg japan wird ja das auf dem berg kommt ich glaube ich traurig aber der thema sollte er geht ich weiß nicht so ein aktiver zum mutlob die menschen jetzt lassen lassen auf die warten bis die mutter wo wir zu den die gastei zu walter er ist da kommt noch eine von hinten rausgehen rausgehen was ich in 42 jetzt nur und der team mit die mails die mails was hinter dir die mit wenn du jetzt stürzt hat ich bringe dich um du bist eine antilegende er kommt er kommt er kommt mach 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 warum teammate ich habe 1033 schaden gemacht warum die ganz lieben sind warum kriegen wir nicht so ein teammate jetzt merke keine ahnung kompetent guter team guter die main es gibt mir meine 2400 die box warum hier kräuter bieten fortnet die wie ihr creator ich bin durch draußen draußen das ist gut schütteln ist so ein schwules im auto oder erst jemand redet weißt du was ja welchen willst du dir kaufen weitschuss oder einsicht einsicht steht weitschuss richtig geile farbe diese dieses blau finde ich sogar episch aus obwohl es eigentlich selten sieht er selten aus wenn jemand redet dann gehen wir spielt und gucken ob er deutsch ist noch nicht wenn nicht dann denken dass wir so tun uns für schlecht ja also tun ist das mal richtig schloss okay aber nicht nicht dass wir nicht dass wir sterben aber bitte spiel einfach mal nur so dumme frauen und so sagen erster und ich habe schon wieder ich spielte ich tue das wird das nicht aber nicht der beste warum man hat das tun ich habe schon gesagt ich habe es war so lange ich war warum es erst mehr ist meine leute nach zurück der gruppe die ich nicht kenne das ist genau das hat man nicht auf öffentlich weil irgendwelche leute beitreten kosti hier rein ihr reist der hennig spielen der sind die kenne ich nicht das nicht ja das ist aber immer schlechter also von mir eigentlich nicht weil es von an diesen beiden geläfft ist die hat die punkten wir dann erst jetzt ich weiß es sind zwei spieler aber war das nie verkommen war das der neue Hengelder ich bin das ist ein Beispiel das ist ein Ehrenmann aber ich könnte es eigentlich ein leider redet hier ich habe ein zuschauer und zwei kommentare welches ist es ist heilt du keck dann und glück guck ich wollte ein Band die 5 ja ich wollte bei 100 wenn ich vorwürgen das mit klären nicht hier an oben durch ihn mit ihm hierher ist er denkt so ja ich bin voll krass ich bin hier und ich mache zu einer Führung der Verkaufsteller sind richtig er hat er kommt mir gerade sich zack Zahn-Tanzseide es gibt immer mit dem mini der liegt da habe ich gerade ja ich bin ja ich meine stefan mit 11 klar ist das hat jetzt ein laptop bekomme ich bin ich habe keine Ahnung, warum schießt ihr jetzt hier mit? Ey, guck mal, wo ich draufstehe. Guck, wo ich draufstehe. Der Team hat ein Auto. Der Team hat ein Auto. Eigentlich scheiß ich ja mal ATK. Ich, 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 ich. Wie? Ich, 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 ich. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich komme mir nicht hoch heute. Ich fahre, mein rotes Auto. fliegen ich habeNE auch so heraus wenn du kannst du einmal kurz fahren steig mal kurz aus bitte steig mal kurz aus bitte steig mal kurz aus bitte ich muss gas drücken nicht die medizin weiter ich leck dich ab das sind spiel macht trotzdem treibend mann angeboten aber einfach weiter schließt ich habe immer ein bisschen weiter meistens hin auch es hat mich in die Verbindung eine Brust ich habe insgesamt 25 die gegner war das sind voll nur wissen ich habe ihn 100 schaden gemacht warte tomtom auferweckt auf 3 1 2 3 da fack machst du nicht 1 2 3 bitte ja jetzt 1 2 3 das ist ein bisschen baufeil abgegangen was ich check es einfach nicht ja auch finnisch der junge erke finnisch überstatt einfach ging die zu kämpfen das übersteuert ich habe ihn zwar viel schaden macht er erfahre ich auch noch da jeder klingel außerschöpfer in die erkannt er konnte mich nicht mehr mit grüßen was macht der kommentar ich mich macht ihr die mate guck ihn ja guck ihn ja ich hätte einfach mal baut warum das für team sollte warum die gau doch einfach wir haben kann die hat eine größere range guck mal geschossen was für lappen die mitbekommen wir das agentin ist totum warum warum solche team haben wir das haben was haben wir von den getan nur weil ich meine wie wir es ja wieder haben wir ja nur weil ich kräuter werden möchte denke ich auch ich nehme es einfach morgen mit und torsten spinn sie hat gesagt was schlange ist folgen alles klar er hat es hier abgeben da gibt es eine märmung Klapp die nur ein paar Jahre herr und herr sie sind die ich glaube nicht ist es kann ich ein paar Auslandes leistet weil es gerade um er ist ja beschäftigt bisher besitzt das hast du nicht auf den Markt ich habe aufhöhung gemacht wo sind denn unsere team jetzt achtskalibur hat axtkalibur jetzt die ihre mann ihre reaktion alle kommt schon kann es bitte mit angegeben zu rum warum zweit egal gewünscht ich schreibe nebenbei eine e-mail platform ist hier wir machen jetzt die neue englisch überstellen okay das einkaufsladen sind die einkaufsladen reinge einzelverkaufs einzelhandel das kaputte haus wahrscheinlich da gehe ich rein das ist mein haus okay chill das ist nicht meine kiste danke ich bin jetzt oder nicht chill jetzt nicht meine waffe drin ich liebe granaten jetzt nicht meine waffe das ist auch nichts was ist das ja okay hier ist keine kiste keine waffe gegen granaten in dem haus und verbände der isklar ehre genommen alter ich habe schon wieder eine schwere pappe ja moin zwei waffen in dem haus gegen der herr wie gegen der bank kann ich finde keine waffe ich habe ein paar granaten dahinter bitte bitte und vor wie ich bei dir einer das ist ein bisschen dynamit dahinter eigentlich muss es zurück werfen ja hat sich gelohnt aber ich glaube ich schneller an das bitte zurückwerfen das kann man zurückwerfen wenn du jetzt dynamit in der fresse kriegst du es einfach zurück oder gut dann selber schon aber danke ich behalte ich jetzt das kann ich mal kurz beschützen denkt ja bitte ab danke wenn du stirbst nicht meine schuld das war das dynamit hat es gleich war noch ein verband ich komme von oben wir konnten machen uns doch gut er wird 113 headshot der andere auch dauernd fenster das war was ausgebildes waren fake news genau ich habe die beute angehütet ich habe den beiden hätte gegeben dem ein nein 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 der andere kommt leider finde ich doch nicht bitte bitte sonst finde ich warum machst du nicht er findest mich der streck spart mit einer falle so ein wichser wie viele fein hat der bitte was keine menschen ist ja logisch das vergleich so ein schwitzer typen erwischen heute der dritte oder bin toni achtung achtung er hat eine falle die er mich gefühlt hat er einfach alles die muss jetzt hier kann man bitte sein mit einer falle finnisch mit dann schreibe ich halt gut aber die nicht lieften dumm ich habe vier jungen recht alle gekriegt ich habe jeden nicht sagen wie ich habe ich sage mal sagt wenn es aber es hat und wird ich habe noch zeitguck jetzt die ganze zeit ob er stirbt ich bleibe so lange in der runde bis er stirbt jetzt könnte noch ein problem für mich werden aber und zu nehmen die stinkgranaten mit das war aber das war jetzt hart und winter nummer 334 immer gut ich kann nicht umgehen man muss einfach nur auf die gegner wirfen bitte wenn ich kann bitte ich hab doch ja zwei sachen frei nein zwei auf die zonen sollten die bei aber nichts wird nicht so ist mit luftplanung schnell sind könnte ich könnte und der bei luftplanen das verschwindet somit sollte was los mit dir warum ist jetzt so fies zu mir muss einfach nur beide seilbahn benutzen einfach geradeaus zum werk für mich einfach keiner von den tümen zu guckt dieses taten wenn ich aus der welt zu vernehmten kommt wenn man den baum landen würde man wissen was die wollen wir nicht weg gemacht können ja nicht noch mal mit geht rumliegen fließt die edition erhalte sie liebt nicht wo ist die ander selber ich mag jetzt und sie macht mich gegenseitig es aussieht gut davon ist ein gegner gut er hat mich gesehen hast du diesen kiel gesehen was was wie er geht einfach durch ich liebe mein leben die kreis waren ja daraufhin form hatte der hat keine fünf kills verdient junge erst und er hat ihn er hat einfach gelexis gehen und gibt damit so an ich hoffe der verrext werden besser kommen schädeltruppe muss sterben schädeltruppe ich hatte die gewährle mit gerät für mich töten weil es so uge uge ab warum läuft er durch die treppe warum läuft er durch die treppe ist und ist haltung gut und da war du 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 mit staungewerken wir können in der kaputt machen und sie haben ja wirklich perfekt eingesetzt ich bin mir gar nicht er ist auf dem boden liebst du eigentlich immer nur sache wenn man 20 punkte erreicht tut das bekommt man eigentlich mit 20 punkte da ich habe es jetzt ein setz ein jetzt 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 machst du nicht das wird zu spät dann habe ich zu früh das war die beiden Timmels reden los dass ein spielschiss nur kurz und dann wird er wieder oder oder da war er ja in meinem Leben ja okay, dann kommt er nicht in den Partychat. Das ist hier nicht richtig. Ja doch, danke. Ich würde sagen, das finde ich richtig eher in Aktion, dass du nicht in den Partychat kommst. Und dann kann man trotzdem. Das ist ein kleiner Bewegen. Nein, das ist halt da oben auf dem Big Bang gelandet. Wollte ich doch erwähnen. Bist du. Dynamite. Weil, Dynamite kann ich doch nehmen. Bitte, fallt alle runter. Ich hab echt einen genockt. Oh mein Gott. Ich hab so Dynamite auf Big Bang geworfen, wo gerade jemand war. Und ich hab einfach genockt. War das krass, Tom? Okay. Wie, don't care. Und das ist wie. Fuck, das ist wie gesagt. Komm doch rein. Warum kommst du nicht rein, Alter? So ein Spasti, Alter. Ich liege hier ausgenockt. Naja, wirft die Armee zu mehr rein. So ein Pisse, Alter. Er ist so ein Pisse. Ja, warum guck ich Salaf, Pignot, pack deinem Panitau. So. Ja, guck mal, er stirbt doch, er ist ja inkompetent. Boah, sind die inkompetent. Go to home, go to home, go to home, go to home. Nee, jetzt, wenn ich so verkappen, Alter. So, ich glaub an dich, du schaffst das. Tom, ich glaub an dich. Tom, 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 du gewinnst die Runde. Wenn nicht, schlag ich dich. Ja, kannst du mich nur umschlagen in der Schuhe. Okay. Aber am besten, ich lege es zurück. Das ist eine andere Sache. Warum nimmst du nicht die Verbände? Warum nimmst du eine Pumpkante? Die zweite. Ich glaube, dass der Römer waren gerade Gegner beim neuen Gebäude. Schieß einmal ab, was du drauf hast. Ist überall, Gegner. Ja, ich schieße doch jetzt auch aufhören, die nennst du gerade heute. Ja, ich nehme Busch, Holte. Warum nimmst du die zweite Pumpkante? Ich verstehe es nicht. Damit geht auch noch nicht. Dankeschön. Sei, Junge, ich habe einen mit dem Wegbein gelockt. Mann, ich bin so schlecht, Holte. Tom hat keine Mühe, Tom hat keine Mühe, Tom hat keine Mühe, Tom hat keine Mühe, mit Sniper, und Sniper war so geil. War, Tom hat nichts, ja. Tom hat ein Hack, mit einem Hack, häss. Uga, 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 renn rein. Komm, Uga, ich komm, Uga, ich komm, Uga, ich komm, Uga, ich komm, Uga, 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 Falle. Pass auf, Blühweinagenten hat eine Falle platziert. Noch eine Popka. Harnes, mach, ich check den Leben. Warte, tut das, er hat mich getötet, er hat mich getötet. Wo fliegst du hin? Ich dachte mir, gerade so, oh, oh. Töte den Wolf, der hat mich getötet. Er kommt so, hallo. Tommy, Tommy, Tommy. Morte, Morte. Kill him. Ich komm von oben, Tom. Oder? What the fuck? Das ist meine Team ist in der Zeit. Oh, die kommen gerade mit, keine Ahnung. Das ist blitzig, oder? Nee, ich schaue, die kommt mit Port. Du gehst da nicht hin. Wer ist das? Töte den, finish den. Finish, finish, finish. Bitte. Tja. Ehrenaktion. Was ist das für eine Mentarsatzierung? Alter, ich check das nicht. Nein, das ist komplett anders, als... Das wird einfach nur anders angezeigt. Echt? Das ist nicht so, wie ich das zu dir habe. Warte, echt? Bei mir hast du jetzt noch ein... Das wird... Äh, Zeit, einen Pumpkin auf dem Dritten. Äh. Das ist der Sound. Nimm Heavy Pumpkin, mach mehr Schaden auf Range. Hä? Was ist denn jetzt hier? Bei mir direkt drauf. Bei mir warst direkt drüber. Was ist die Tüme, der hat einen Kill? Wenn wir den Team jetzt einfach sich besticken lassen. Vertex, ui! Vertex, oh, Vertex. Da war einer, da war einer, das ist der dritte Rolle. Ist ab, ich schon noch mal. Du hast zwei Leute getötet. Komm, mach, Ura, 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 Kamikaze. Bitte, mach Kamikaze. Hatte ich nicht vor. Aber Junge, weißt du was? In dem Haus, wo ich war, lag keine Waffe. Gar keine. Wirklich, null Waffe. Warum tanzt du mich aus? Ich will ihn anlocken. Wahrscheinlich holt der Mann ab. Das ist, das ist ja nicht so lange weg. Wir müssen mal Bildbele machen. Ich glaube, dann ist Tom tot. Boah. Boah. Geh mal, komm. Mit Jetpack. Für mich ist dein Jetpack nur halbvoll. Hier warst du gerade eben. Hä? Jetzt bist du schon wieder da. Was bringt dir das? Gangster. Zwerge, die zwerg, zwerg, zwerg. Tom hat zwerg. Mann, ich habe einen Dynamit, genau. Da kommt der Typ so. Aber ich war kein. Ich hatte aber so. Ich liebe diesen Typen, Alter. Nee, so dann ist das alles raus und so lebtlich. Das ist übrigens. Der Vorbild spielt gar nicht. Wir spielen gar nicht. Hier. Haut mal. Spielen ganz normalen Modus. So, wo es Schettbeck gibt. Sarko, das ist erzählt, dass wir getroffen. Dann. 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 Dann, dann. Ich hab was beigetreten. Mausi? Mausi? weißt du, dass du da bist? War der Film? Kritik? Den hab ich genocht. Mit dem im Ohrenturm. Der Mausi ist beigetreten schon. Ist ja oder wenn ihr du tun hier machen will something? Mausi ja gar nichts. impress. zehn minuten damals turnierzeit bis jetzt eh tot junge herrkunden die einfach auf einmal ich komme für die länder nicht okay was machen die team jetzt überhaupt die ganz lad mal lad mal maus nähe schon wenn er gar nicht schon du spiel nicht vergessen die kekselt gar nicht was ich da mache richtige ehre männer von wegen tippen lazy lazy hat die beiden du turnier spielen ich gehe mal kurz mit dem hallo 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 meine freunde also ich muss ja wir müssen euch was sagen ich bin so also könnt ihr gerne gehen nein also okay dann ja du 20 kräuter machen den konto als ob wir so perfekt gestorben sind ja ich weiß ein bier du bist ja ich bin das war geplant ist stehen jetzt erst mal eine halbe stunde brauchen um reinzukommen ich bin aus dem eigentlich für geil aus ich bin gerne als einfach so stand es genau das ist wenn der kreis nicht genau so aus ich finde elektrischen ist der beste blaue tanz den es gibt die kosten einfach nur 500 und richtig krass also in jahr ist eigentlich auch geil es gibt es gibt viele tanz die geil sind ich schwere schon wieder das schwere schon max ist wieder da max auf erweckt auf erweckt ein schritte bitte dann schritte 123 ich finde es nicht ich hab so viele tänze 123 jetzt auf erweckt 123 logisch nein ja wir sind die flugzeuge wieder bist nicht lebensmüde ich war gerade noch vollmodus ist keine flugzeuge mehr gibt es nicht hat vor er hat getwittert das war so war zwar auch nicht hätte ich nicht gedacht und dann noch ein bisschen empfehlen dann was das wird ein bisschen der solange wir brauchst du bist schon tot deuten wieso ich hab den schmerz gekürt ja wenn du einen guten gegenspieler bekommt bist du tot er ist so ein bastard alter genau wie schnell ist der typ so ein versickter wichser alter er ist einfach spiel und zahl ist wenn du schlafs kannst du nicht noch wieder bläden hast du ihn ja komplett nicht damit ich bin ich nicht warum für eine stu mann halter er ist das schön noch für eine spiel danke dafür also bei der helfe hat ja übertreib halt eine heavy hölte beschwerte du dich nicht dass ich ihn gefinished habe du hast vorhin getanzt und dann sind wir gestorben alter weil du mich dich hochgeholt hast ich hab dich hochgeholt ich habe erst wo er dann schon tot war also viel zu spät ich hab dich ich hab euch hochgeholt wo ihr tot wart weil man ausgedacht ist kann man nichts machen also ist man tot weil weil 2 bis 2 4 ist i don't care of you because i don't care ich hab mir schon dass wir fünf punkte haben ja bei mir auch das ist noch es hat immer die maximale punkte angezeigt die höchstpunkt sagen die habe ich alle in eine runde geholt ich habe mit ich habe ich alle alleine in eine runde du hast ein kill gehabt ich habe ein kill mit 2 nein du hattest in der runde nur ein kill dann bist du gestorben sorry das kann ich dafür wenn der das war meine das auf gegnern gibt es auf gegnern gehen ok von das rein rein los ich habe den fast ich habe jedenfalls ich habe jedenfalls er hat über viele headshot 95er und das war sie 90er die stadt gemacht 134 headshot maximal die wochen mit 90 punkten ich habe das mit blutdick mutig ist da wir gegen die gescheuße man kriegt keine menschen wo siehst du dass das ein regenschirm ist ja sie schon seit diesen drei ist es nicht schon seit diesen zwei so das gibt dass das das gibt ich weiß nicht dass das das gibt dass das die wird wieder so wie im alten oben was für oma dynamite hust hust ich habe hust hust wirst du bist aber wo war der in sie mit bei mir da war halten losgehen sieht man dass er gestorben ist und ich wollte er hat warte ja er konnte nichts von weil gemacht du tötest ihn einfach zu menschen weiß was ich jetzt mache dann wir mal zurück wir mal zurück das vier drauf drücken das ist richtig mies warum sagst du auch ich soll es nehmen auch machst du es auch also ich wusste nicht dass ich das macht ich hab' einen schlossack getrunken ich hab' auch einen schlossack getrunken also juckt nicht ja das ist schon kassiert haben also ich hab' eine skane blaue pump blaue smg ich hab' eine graue eier eine blaue stelle auf die pistole ja da bei mir lag also gut ist auf jeden fall gut aufgeteilt ja danke für die maschinenpistole jahrelang nicht gehabt warte ich hab' jetzt hier ein dynamit hin ach nein ich wollte es ja noch weiter werfen ich nehme es nicht mit bei mir liegen minis kannst du mitnehmen dann kannst du nicht dann nehme ich mit fuck aber erstmal werfe ich dynamit weg ha 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 das war knapp ich sehe mir vor wenn man das dynamit zurücklaufen würde das ist ja einfach unendlich wenn du das immer wieder hin und herwerfen würdest dass das unendlich einfach bleiben würde ich meine fabriken war also nicht studieren würde man kann einfach das mit dem dynamit das so ein spiel nachspielen was man immer kennengelernt das heißt ja es gibt viele es hat noch ein konsucht türkisch rulletten russisch rullette ist das mit dem rohrer wo der ein schuss dann ist wenn wir halt abdrücken dass der schuss dann bist du tot ich dachte dann lebst du wenn du auf einmal auf jeden fall ein gegner bei mir die don't have ahnung wer hier ist bei mir ist auch einer selber weg das ist ja noch da wir warten der ist gerade weggegangen ich weiß wo sie durften ich war hin mit ihr er hat sich dann nicht das war ich was auf dem track des er hätte sagt er oder das hätte doch gleich wieder wäre das liebe ich mein leben jetzt muss ich stehen werden weil ich nicht mehr reden kann ich will keine also tada es ist wenn ich wirst du ruhig das war das ausgleichen statt junge fahrrad aus bitte junge vier was und zu den ersten das was bist du heulose oder so alter ja ich werde das ist das zweite die lachung und war nicht gesnipet ich fand ich war nie wieder mit dir alter ich bin ich denn los ich werde ich eigentlich mal loswerden ich bin allein in die zonen wir sind in der zonen ja dann weiter in die mitte zonen tschüss auto ich komm gleich mit dem flugzeug macht es kaputt das will ich sehen hattet er kamen hoch hoch gegen der risker woche morgen hat er gefühl dass ihr gegner ich bin wirklich gegner hast du echt so hast du nicht getan ich kann mir mal auf dem 1 ich bin schon da das will ich sehen ich sehe ein flugzeug anderes so so wo ist das flugzeug ist so dumm oder so es steht hier durch scheiße ich habe ein headshot gegeben 59 schaden ich habe raus genug dem habe ich jetzt zu leben ich habe ihn irgendwie voll auf getroffen worden ich habe ihn einfach jetzt schon gegeben 95 wenn ich keine legende bin ich sehe das flugzeug von hinten kommt einer abzu das war privat machen oh mein gott ich habe keine moni mehr bei mir ist das flugzeug bei mir war das steig ein steig ein ich steig ein ich steig ein ich steig ein ich steig ein von hinten hä ich sehe das doch jetzt ist jetzt ist einer drauf auf dem zu treffen bist du grad ausge ja wirklich hä mann dieses fliegen das wurde nicht langer gemacht das wurde gepackt gemacht und dann packt so rum als ob er so schnell wiederbelebt wurde alter ja krass ach was für krass hat doch dein maul dann greift doch wenigstens mit an die wusste nicht dass du ausgestiegen bist die hielen sich what hier das los dass ich auch steige er hat mir einfach rum und lag die hier die hier hier das posten heute denn das kommt ja das ist meine du stück scheiß und der hat deine ska das ist meine ist ja nicht so dass er die ganze eine rumgefunden ist diga hält halt deine scheiße da sind sechs minis unten nehmen sie halt nicht mit da da so das war ein lot nämlich so und 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 eigentlich möchte ich gerne ja kann mit dem allen legendärs gas halt lecker schild doch einfach da ich möchte aber gerne und reingehen aber eigentlich ja mussten muss ja nicht so offen nach einigen so ist schon dass das kein hautnah ist sollte das auch gespielt werden kannst du stellst dich so offensivlich zu ihren seiten alter ja ich habe zu viel gespielt hautnah verkackt eigentlich will ich da rein rennen doch ich glaube nicht aber wie viele kills bekommen einen punkt wir haben ja schon drei ja komm schon einschaffst du noch tolle torschützen könnte gefährlich werden ich habe einfach komplett voll mit 1500 ms gesungen ja dann zeig jetzt mal deine bauskills mach bitte einfach halb und hast du jetzt nicht einfach safe finish dem gewjahr wie sie es zu wunden hat es muss da ja okay wenn es so gut mein herz hat halt die fresse alter das kann mich konzentrieren das hat mich so locker sie klingen können mit dem mut der unten liegt noch etwas alter das was hätten automat so selbst bezahlt dass die beiden die legendäre finden hätte jetzt ausgeht ist also traurig dann kann ich nicht mehr so richtig hören dann holt deine kopfhörer diesen weg diesen karten hast du keine eigenen doch die gehen nicht mit dem konto doch einfach bruder wann hast du geburtstag schenkt die kopfhörer am 17 september du hättest ihn so platt gemacht so oder so ausgenockt entweder von dir oder von vielleicht pass auf dass du nicht geschnitten wird ja die sehen mich nicht ich bin immer bitte eine base aus metall du bist gerade gut in der zonne ich käme lieber weil mir teils sehr auffällig ist ja wenn es fertig ist dann bist du gut geschützt weil gerade greift dich niemand an und sonst würde mich nicht halten dass du ja okay ich kämpfe jetzt hier ich habe zu erinnern so dass du nicht geschnitten wird hat nämlich ein bisschen mehr kann ja nicht einfach da so stehen und gucken macht den platten was dir scheiß hättet halt deine fresse jünger gegen dem stress hättet höre ich nichts alter ich habe gerade ein bisschen was los ich hab dir schnell minis oh mein gott alter der war so richtig der headshot was das war so eine lappenaktion oben bitte über dich über dich bitte bitte ich glaube ich glaube du kannst dahinter springen mindestens drauf finden dass sich niemand sieht ich würde an deiner stelle campen weil es in alle studios dann können wir uns noch safe mindestens zwei punkte snacken weil es gibt ja immer zwei punkte genau hast du nicht noch irgendwas der war gut doch der war gut bitte das ist das flugzeug ist er bedikte das war ein bisschen zu spät bedichtet ich würde es wirklich darauf anlegen dass du gesnipet wirst dann provozieren nicht die ganze zeit die motion irgendwas russisches weil von so wie schon getötet als ich würde sagen mach was du willst es ist deine entscheidung Ich würd sagen, Snipe erstmal nicht und wenn die sich dann mit den anderen Teams anlegen, kannst du die von hinten holen, wenn sie nicht auf dich achten, wenn sie nicht hinter sich bauen, zum Beispiel. Auf keinen Fall Waffe wechseln. Ich hab richtige Triader, die noch keine Punkte haben. So wie du. Mit 6 Kills. Das kannst du von mir aus machen, da ist ein Baum im Weg. Aber da hörst du's. Ähm so, ja so Norden, da wo die Schrift, da wo, die wollen wahrscheinlich gerade. Blatt. Was siehst du, Blatt? Was siehst du jetzt, Blatt? Jetzt siehst du noch mehr Blätter. Jo, die machen so safe. Bleib einfach so, ne? Probier einfach zu chillen. Und ich werd eher auf eine andere Waffe wechseln, falls sich jemand erkennt. In deinem wunderschönen Busch. Weil gerade wenn die wechseln müssen, dann laufen die vielleicht an mir vorbei. Jetzt kritisch. Stimmst du noch? Ja, also ich übernehme jetzt das Reden für ihn, weil er nicht reden kann. Ich glaube wir wollen ihn. Alle mal ein Like da lassen und Abo. Da, da sagt er auch ja. Wie gesagt, wo du. Ja, es guckt niemand zu. Okay, ehrenlos hier. Nice Menschen. Mein Gott, ich dachte du hast dann geschossen. Fast eigentlich mit Stefan auch so. Ja, dir guckt gerade niemand zu. Ich weiß, es ist schade. Aber ist halt so. Ja, moin. Oh, er hat so die Ehre genommen. Oh, hätte er, würde er da jetzt ein Mini nehmen oder so. Er würde es doch gewinnen. Gerne. Ja, langsam musst du mal an die Tiefen sterben, Alter. Steck dich einfach hinterm Busch. Ja, Alter. Monster versteckt hinterm Busch. Oh, ich würde sagen. Zona. Pass auf, da war einer. Links. Sicherst den Aufwärm. Du hast doch schon alles, was du brauchst. Ist wenn du ohne dich lernst. Achtung über dir. Ich bin erstmal leise. Pass auf, über dir. Nicht wenn der runter schwebt. Ich glaube rechts von dir. Er ist oben drauf. Achtung. Wie viele Teams leben, bitte noch. Zu viel können das gar nicht sein. Ich kriege mal die Punkte erst nicht mehr, wenn ich was da sollte. Er hätte noch Save-Punkte bekommen müssen. Ich verstehe es nicht. Der hat zwei, der hat sieben. Oh. Richtige zwei, Alter. Ja, wenn du dich fährst. Oh, die machen die blut. Ja, jetzt ist der hoch. Ja. Hm. Oh, die schweizen... Ich mache sie the sound. Und ich bin sicherlichss. Übungs-Avent-O-S-A-V-E-N-T Was ist denn jetzt? Übungs-Avent-O-S-A-V-E-N-T Ich dachte schon, doch vier Punkte jetzt schon Man bekommt Top 5 und Top 3 Das müssen wir uns merken Oh mein Gott Ja, ich habe das Kabel von meinem Controller an mein Headset angeschlossen Jetzt lädt mein Headset und ich kann nebenbei reden Also, du bist dumm, dass du das nie gecheckt hast Ja doch, aber mein Couch ist viel zu weit vor meinem Fernseher weg Deswegen muss ich jetzt vor meinem Fernseher hocken Weil das Kabel nur ein Meter lang ist Oh ne, nicht suchen nach Athlete, weil ich schaue das gleiche Haus Warte Ich komme mal gleich wieder Wir haben jetzt vier Punkte Ehre von dir Ehrenlos durch die Nacht Ja, guck mal, da sind zwei Das sind zwei aus einem Team Denke ich mal Die Elite-Agentinnen Nein, 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 nein Jetzt müssen wir auch machen Äh, Auffall weg Jo Tom, aufhör weg, bitte Äh 1 2 3 Was machst du? Wo ist das? Auf der ersten Seite Ich 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 Es 2 3 3 Erinnerst das ist so komisch anwarten so was habe ich eine schlafcouch durch wo ich das raus der sitzteil rausziehen kann das kann ich müssen ja immer setzen und das geht also mein fernseher ist so klein wie ein deswegen passt bei mir alles also bei mir sieht es aus der zeitig zwei bildschirme für pc dann wäre es einster von pc ich denke ich kann ich habe nur grau waffen ich habe schon bekommst ich habe was für dich minis im bg jetzt sollte heute kommt kommen komm her erst mal bekommst du das dann bekommst du noch das habe ich unten gefunden dann war es ja noch dass ich habe gar nicht durch mich an den vierten oh mein gott alter der junge das ist so in zwei jahre ohne ende hallo granate in dein gesicht warum jeden schuss heute nicht warum baut er nicht guter muskul warum baut er nicht ich habe keinen bock einfach nur zero bock das was für ein heck treu hat und treffen würde ich traurig groß 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 ohr angehörter ich sterb die ganze zeit so behindert wie bei dir du hattest ja auch hier sechs kills in der runde und ich hatte eine mensch gestorben ist das genau so was machen wir erst mal schon weg ach so erst im partner und damit frostschleier gibt es nicht was besseres was ich so mal was besser ist ja so hast du bei mir omega nehmen und mir das so ein geiles kind der ist auch selten und mir gleich geil aus aber sonst immer nur selten stimmt egal ja ja wie macht hast du schere stein papier der kärchen schreibt im chat da kommen ja gewinnt ja wenn die morgen wieder rücken hat welche stufe hast du die vorletzte ich habe auch dann noch auch vorletzte was kannst du wieder privat machen bei 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 alle fast zum kopf den modus das ist also mit frostschleier hat wie oma ja den von deutsch von von dunklen reisenden den rucksack dunkler materie die folge aus mit und das nicht wollen dann noch hermer frost nehmen spitzer kann die axt ok ist egal spitz ist ja auch kümmer oder wir die von armen die ansturken kümmer ob auch noch welche achts meinst du mein stil leitende leitendes licht nein die axt kalibu ich nehme die ich nehme auch ein abend ich nehme seltsam so ich habe nur regenschirm von sieben zwei ich auch schon in einig ist wenn es der gewissen speed zu erledigen in seiner anderen seite drehst den englischen nennen die es als würde er sich gar nicht wir schaffen das warte wir machen dann ein ruft der märkte in salababa so ich habe fast alle gar nicht haben also knapp also auch mit tanzen wir mal direkt und tanzen wir ja okay das passen wir immer das passt eigentlich viel besser zu jemals oder so schade finden dass so sehr mit mann keine länder gab er fand ich so schade naja aber er ist auf englisch der rieter also der tod er ist ein wirklich herrn drei runden spiel zu und vier punkte das kabel ist so kurz und dass ich ich wenn ich wenn ich ein stück nach hinten geht das kabel dann zieht sich das über meinen kopf und dann ist das hätte und dann also wenn du mein geschenk haben willst ich habe einmal englisch trainer buch oder noch mal englisch ab drittes lernen ja das für deutsch englisch oder so er benutzt wenig kannst du kein englisch aber benutze eh nicht also und ich bin gerade erst aus dem dammack hier ich bin dann rausgesprungen dann machst du ja aber doch nicht jo wenn du runter fliegst sind die zwei roten lichter perfekt ja an den jo also das nie zu denen ist halt immer schwer ein rücken also finden wir ja halt so ein rücken hat so gut wird fett ist warum gehst du immer in mein haus weil du go every time in my house deine falle weil einer mitgekommen ist ja warum gehst du mein haus weil einer mitgekommen ist ja weil ich keine waffe habe heißt der eine ist in das haus drüben auf der andere seite gerannt hast du eine waffe für mich ich habe eine mp ich habe eine mp alles gut dann in behalten ich er kann ja mir nie geben er ist übelst low er ist so low ich habe ihn auch noch bis jetzt geben weil er versucht eine baulegende zu sein ich habe keine menschen er hielt sich auch ja ich habe mich nicht ich habe noch was nicht ich muss halt diese tricks finisher ach weißt du was es was bringt was finisher bringt er hat dann die neue pump kann er trotzdem warum hat er die neue pump kann wir kriegen nur scheiße an ich habe eine graue mp er hat den besten über mich schon zehn jahre heute so ein keck alter bruder mp auf welches krank der die zimmer so sterbe ich war ich die ganze gefühlt hätte weil ich keine waffen habe in dem haus lag gar nichts er ist halt so so ein riesenhaus mit nichts ist da guck mir immer noch zu der junge ich mach grad so null bock mit zu spinnen ich bin damit die ganze zeit sterbe weil ich kein loot habe ich kann ja nicht mehr was dafür bei unglücklich machen und wirst gepusht auf ich habe euch nichts getan hä hä diga das ich krieg den hitmarker junge das ist richtig geil ich hab keinen bock mehr alter diga hacker sind erst kriegen wir kein loot dann kriegen wir den hitmarker aber kein schaden ich hab einen 20er ping das ist bestimmt einer so ein hacker der durch meine schüsse durchläuft durch die schüsse das wäre perfekt bei mir gewesen ich erinnere es dir echt dazu das ist einfach ding 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 ich komme meine kniescheiben an ich bin nee das ist ich bin ich bin der ist du kommst das ist ich bin 1 wenn du bitte auch mal mit tun dann nämlich gut zu erinnern lassen Lassert das Donnerhütterin Klaus gibt die nur das Wort um ein das ist kann ich in der Klin und wenn ich ihnen egal Junge komm doch einfach mal mit du schaffst doch eh immer ich werde auch mal sterben eigentlich nicht in den Fußpass gegen die selbe ich mich nicht mehr die mp hat die mp hat der französische deswegen ist er hier schon nicht gemacht hatte ich habe mich schon gemacht in der gründlich oder so glaube er kommt die sich jetzt ein Stück Scheißhörter ich wollte eigentlich mitkommen aber dann die fährkraft hat mich nach unten gezogen ja ach Junge du schaffst das doch kommst du nie mit wenn ich was sage ich sag mal bei dir mitkommen aber du kommst nie bei mir mit ich mag das nicht wo du hingehst da geht fast gar nicht ich mag Junge ist ja nicht so dass bei mir jetzt hab ich auch gerade gesehen also wenn ich immer einer fällt, dann legt da keiner hin ich komme auch immer mit ja das stimmt auch bei dir okay dann komm ich nächstes mal mit dann darfst du jetzt bestimmt wo wir hingehen gleich nach ja in der runde oh scheiße ich muss aufgehen das ist ja so ohne ich hab ne hebe Snipern da ja wärst du los auf jeden fall oh Junge wärst du da gewesen hätten wir es geschafft der eine hat keine Waffe Alter der hat ne Fall okay okay warte wo sind die ich ich renne jetzt rein ich mach jetzt eine auf Kameka ja wo wohl in Fäte fehlst da wo du nicht mitkommen müsst ach in Zilte äh wie ist er mein du kannst wohl sehen dass man nur ich habe einen von den krieg der man left hat ja juckt mich eh nicht schwarze ritter aber du kommst ja eh nicht mit nicht wenn ich einmal was sage ja alles klar er gibt mein headshots mit dem laufen er ist ne lebendste legende er ist die lebendste legende der welt gut ist gegner mit viel verwerfen ja es sind zwei gegner ja gut nein warum digga er hat nen boogiebaum digga hä er geht er wird durch den Baum durch ja ist klar ich liebe sein Leben ich liebe sein das sieht geil aus nimm mal auch ein Schild ich hab nur ein Spinnenschild du hast das Schild von dem Ritter ich hab das Spinnenschild jungen noch besser was lol ich hab auch noch mal ein ich hab auch noch mal ein irgendwie sonst sonntag frei oder was los mit dem kein wo gehen wir jetzt hin tom nein du okay dann gehen wir halt nirgends wohin ich finde es immer kacke dass die Turniere so spät am abend sind das ist einfach das ist halt wirklich so das ist halt wirklich so hat die perfekt timing gemacht hat die gerade echt perfekt timing keine ahnung woher willst du shifty okay ok ich geh nach paradise nein doch nein doch ok wir gehen nach feld oder gehen wir doch nach paradise oder doch nach shifty oder wir gehen nach shifty ich stehe nicht für rf oder für 100 oder wir gehen nach b10 nein wir gehen nach 9b die Frage ist so eine Quizfrage wie viele Felder in Fortnite gibt es wo nicht wo kein Stück Karte ist so viele 1 2 3 4 5 6 ich hab grad auf die Karte geguckt und bin jetzt komplett falsch geflogen hey ich hab nur eine scope hier grüne aber ich hab vier bui bums ich hab echt Eis gekriegt war ich gerade eine radio an wenn du von den Fisch tanzt kommt es nur Musik ich hab mal so eine Auflage deswegen hatte ich es aus diesen geil das ist so sinnlos alter ich weiß es gab noch eine Auflage für Fisch weißt du denn der Rätsel der Rätsel raus für Fisch weißt du was der für Saundsmeister das ist hauptnacht hier liegen drei Pampken aus einer Reihe ne grüne, ne blaue, ne grüne ich hab nicht hier drauf Pampken so was würdest du sagen ich hab gar keine holte ich schon dir die episch der viols gibts einen Schlöpfer dann das er wurde mir ab ich habe keine märzige keine märzige keine märzige kenne auch 4 also dieser kostet der todes im halte raten der johannin erhung der ab was soll ich machen wenn ich keine messer als an die für lud wir haben nur scheiße und die gar nicht ja genau als der andere hat auch bloß dumme lobe ich glaube einfach von mir warum er trifft jeden schuss mit seiner waffe was sind das für kleine ich habe ich sie spürt jung kommt man vier punkte sind noch zwei jahre unterwegs wir haben in der dreiviertelstunde vier punkte holen was denn du weißt was ich dazu sage er ist gleichzeitig das ist überhaupt nicht kürpete link so wir werden aus dass wir müssen auch zeitpunkte genau für ihn spät geht er er hat ich bin noch geht er nur einmal in der woche nur so 24 7 23 auf erweckt 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 habe gesagt ja ich habe doch nur so getanzt junge ich drücke jetzt macht das junge ich habe jetzt gedrückt warte der junge ich habe gedrückt hat ihn nicht gejuckt jetzt ich habe 800 mann ich lieber drecks internet einfach so wende 800 ich will das rausspringen soll das rausspringen direkt heute warum habe ich so wende mein 300 ich habe 900 jetzt habe ich 400 jetzt habe ich 800 ich liebe mein leben die spitze 1100 ich habe es wieder geschafft fringer hat 5000 gesehen im video auf der ps4 ja warum nicht so ein jäger jetzt war das erste war für science gar meine wohnung bei euch rohling mit beruhigte ich habe einmal guten blut bitte kommt kommt auch mein prinzip bieter gott gott der ja 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 nein millimeter was mir ich habe millimeter ist das ding vor dem ist dabei vor dem loch stehen geblieben grüne grüner bei dem wasser weg bei dem wasser ding star grauer bürsten grauer schottkanne grüne mp legt noch eine blaue kam ich komme so zehn jahre später ich lebe thoms leben es ist mir das ist mir aufgefallen ist an der axt des wachs dran aber ich weiß nicht ob das wirklich wachs oder ob das blut ist wie sehr sie wachsen so ist es wachs ich sag dass es wachs das ist wachs wenn ich das hat dann ist das so gesagt dass es wachs das ist wachs ich wachs das 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 wachs aus dem spiel raus nach diesem spiel scheiße max ich habe gesagt lassen ich hab's die höchste fremden leuten mitgehen das wachs das wachs das wachs das wachs das wachs die leute ausgehen darum kann es nicht was kommt der einwand in mir du kannst du mit dem verbände nimmt kann medikad mitnehmen ich jetzt der verbände meine gebunden Ja, dann nehm ich die Verbände vielleicht mit. Bei mir liegt eins. Ich hab nämlich schon 5 Verbände. Hier liegt auch ne... ne... Taschenbock, wenn du haben willst. Hey, ich lag auf dem Baum, der Kreis ist 10 Kilometer weit weg. Hä, ne, 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 ne... Was scheiden die eigentlich durchgängig im Klassenschnitt? Keine Ahnung. Ich bin früher gar nicht mehr hin. Seit wann bringt eine Lichterkäste aus Holz? Seit wann sind solche Tufeletten aus Holz, solche Dixies aus Holz? Eine Frage, für was braucht man Metall? Niemand baut mehr Metall, wenn niemand so viel Zeit hat. Okay, ich nehme doch über Miniswatten mit, du dir liegen lassen hast. Ich hab schon 700 Holz, ähm, ja gut. Kannst du verbinden, gehen, dann kann ich, dann kannst du Mediket mitnehmen. Wenn du liegen ja vorhin, da, da. Ich nehme die auf Minis mit. Also, dass du schon voll bist, alter. Kannst du das Mediket jetzt mitnehmen? Ich hab Minis! Ja, was hast du auch... Hast du vier Waffen oder was? Ja. Ja. Ja, was hast du alles? AR, Pumpgun, MP und das kommt er. Ach so. Ach so. Ja, ich hab auch vier Waffen, das Problem. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Und aus dem habe ich gesagt, es ist gar nichts gar. Ja, es ist gar nicht. Es ist gar nicht. Ein Unterschied. B ante Calm. Ja, ich hab grad getan. Ich hab malCO lieber getroffen. Den Typen auf dem was du schießt so viel. Ich hab schon gelandet, auf dieser Range. Die beer worth отделbar durch und übel примерно des Optikums. Wie geht es auch? Ich habhehe. Und jetzt. Das ist gut. Dann hat mich zu gerannt. und hat mich getötet hast du sniper money das ist ja was für ein jacke ich wollte gehen es kommt ein bewegen minis kommt zurück da war ich drin im haus oder gerade drin ist ja auch du hast eine kiste vergessen ich bin ein lud leg ich habe den typen 1 hat und 46 jetzt aber nicht ist nicht so dass wir die gebrauchen können ich kann jetzt nicht noch mal zehn jahre zurück also noch nach warum bist du noch nicht gelaufen die gegner kills vielleicht ja und dann stirbst alleine genau weil du mir nicht bescheid gesagt hast du warum kann man maximal 700 bekommen gar kein bock mehr wenn man übelste material kriegt durch alles trotzdem schluss ich komme jetzt so kräg ich komme auf der karte wie auf zwischen mir direkt die richtigen die 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 größe geht sind Joko mal wurde sie wie die Streifen sich in der zonen entwickeln er kommt mit wieder ich desktop nicht immer weiter weg gilt erwartet der kraftiziert ja ja allein oder was ja kommt ein flugzeug da habe ich glaube ich bin ausgenutzt gegeben ja das ist das flugzeug weil es sind ja nicht meine farbe fliegen die hin alter das ist was die macht mit 1 hat das flugzeug einmal getroffen ich glaube ich wird gepusht ich bin da ich bin da wo ist der beste ich sehe nicht auf dem baum kannst ja also runter gesprungen hat da hinten ist ich ein abritt und er gibt mir jetzt schaut mir das schluss gott ich habe einen mit den galaxy genommen als kopter getroffen und ich hatte den anderen mit jagdgewehr getroffen der galaxy schon 2 32 23 jetzt ist halt wenn es nicht hatte lockt immer raus ich sehe ein jetzt kommt er ja noch mal sechs nachtiger wenn auch mal das ist die mani hat der typ und hat noch mal zwei 23 die typen ist richtig low der galaxy hat noch schuld habe ich kein rift oder sowas das käme ist du push dir ich sehe ein galaxy der haut ab ich komme ich komme ich komme ich habe hinter uns hat jemand granatwerfer das ist bei dir nicht sterben tom nicht sterben ich komme nein was läufst du denn immer weg ich bin doch schon unterwegs alter ja schön weil du wieder weg gerannt bist weil du nie auf mich wartest du sagst nicht mal bescheid wenn du weg rennst ich habe gesagt ich werde jetzt hinterher hast du weißt was ich meine junge die hirn sich das bringt nichts was du machst was der raket merken nein ich höre es ja mit einer raketen werfen hallo bauen dieses spiel alter warum ballert ihr einfach ich habe mich nicht gesehen warum haben die so viel money alter ich schick das nicht ich habe keinen bock mehr langsam dieses spiel fängt so ab alter ja ich bin noch sofort gekommen aber was kann ich dafür wenn du immer dann direkt drin bin schuld weil du weg kannst ja ich habe sogar gesagt warte bei mir sind gegner du sollst weiter nicht getötet ich denke ich bin schuld genau ich bin schuld dass du das bisher ein kleines was sie bestehend das ist der ich komme einfach mal nicht weglaufen Neeee! Nene! 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 Du rennst einfach immer vor mir weg, Alter! Nene! Nene! Ja, du stinkst! Ja, schön, und halt wenigstens nicht ganz so großen Abstand! Du kannst du kein Dio nehmen! 100 Meter reichen und nicht... Nein! Was? Schau mal, hört das zehn Jahre... zehn Kilometer weit! Das Game ist... DUDU! Ja, zum Glück bin ich weit weg von dir gespawnt, Alter! Du rennst ja eh wieder weg! Das Game! Das Game ist DUDU! Das Game ist DUDU! Das Top ist DUDU! Habahamle! 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 Hast gerne Lucky gesehen! Ich hab Cash, Alter! Weißt du, was eigentlich so richtig schwere Challenge ist? Skins erraten! Weil, weißt du, von den Skins gibt die genauen Namen? Mh-mh! Zum Beispiel die ganzen grünen Skins! Keine Ahnung, wie die heißen! Chupa! Chupa! Dschupe! 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 Ich zeige TWZ! basically, wir haben hier XP了... Waffe, Dschupe! Ich hab nur ne Pistole, noch ne Pistole... doch warum nicht otuvre, dieses. Ich hab aber Hirsch, hier sind hier komme ich am Boden... Gibt es genug bei mir? Danke! Das Angebot heute? Laut wie immer..! Ge attracted ich breaks AWK 有Ll beide irgendwas gut so kommt zu mir so riesen fisch komme ja ich komme warum geht denn der fisch geht nicht um kann er abbauen hier kann man nicht abwauen wieso geht der fisch nicht warte ich muss gucken hallo fisch ich kann den fisch auch nicht abwauen Prozent überhaupt nicht ich konnte es sich an sich aufbauen nur nach kreislich 0 in Kornblüten wenn du wegrenzt die schlägt ich morgen Herr Kornblühe heißt ich hätte auch Kornblühe ist doch Prozent da was mit blauen oder Kornblühe ist irgendwas mit der Kurs und die nur abliegen es ist so blau zufrieden es war ein aber erinnert mich genauer wird ich bin in spielte und mir geht mehr ich mich nicht ja er bewegt nebische Schäden kommen ich nehme es gibt es geht es gar nicht die empfehlung und empfehlen ich bin er doch kann wie man sieht in dem ich bin da 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 einer der slow ist noch 48 er ist schon schuld mit schild erhielt sich schon schnell pushing pushing danke für den 113 einfach gar nicht ich hab den ich hab den einfach theoretisch gegeben mit der helvet hat gar keinen druck für dich genau das ist ein blauer mp warte wo habe ich die graue mp ja ich habe eine schausse ich habe eine von du hast du hast du auch noch deine silenz das ist die beide ist es meint der die ersten achten was hast du jetzt in sturmgewehr ich hab hier ein grau sturmgewehr ich hab gesagt ich habe ein blauer sturmgewehr das ist so ich habe beschäftigt hast du monier wofür ich hab gar nichts also man kann habe ich nur fünf schütze drin also alles was nur 13 insgesamt 13 drin ich habe nicht da waren so stühle somit heißt ich bin und ich bin einfach holz ich habe ich hab nicht er muss geben wir haben hier die moni von hier die moni von hier lehnen wo nach hier unter mich unter dem wo bist du und ich sehe dich nicht egal ich gehe hoch da liegen keine waffen wo baue ich mich hoch und der treppe liegt auf einmal was kann es sein dass hier ein gegner worden irgendwie gestorben ist warum sollte einfach mal so ein bisschen gut rumliegt oder wo ist diese scheiß moni kommt hier ist keine money danke das muss mal eine schule da kommen mit da liegt auch so weihnachtsbaum da liegt weihnachtsbaum ich kann mich nicht in der feste verwendung aber erst mal verwenden gelöte ich hab' ein grob loch ich weiß nicht was bringt mich an tollen was bringt die zwingende teil holz oder stein diese logik stein oder metall holz hier gibt es so viele häuser die man looten kann ich finde zu kommen hier kommen wir ja kommen hier ist der kriegste laden finde ich habe ich habe ein lagerfeuer kann einfach mal in das haus hier rein ach du scheiße ich weiß es ist so kriege angst das ist eine fabrik für die hier komm herz und komm her ich hab' geschenkt du dich warte ja stehchen 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 hat er hat das feuer und damit da angekugelt guck mein ding an da fehlt was schon angekugelt feuer 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 war ich ich lösche es ich lösche es warum geht das nicht aus es geht nicht aus du guckst einfach deine sparen weil ich guck mal meine waffen wie geht dann das geht das nicht mal mit vier ja doch es geht nicht weg oder keine ahnung nein ich hab muss anvisieren anvisieren wir sehen mal lange an warum wir sehen mal lange an dein atmen ja ich komme mein gesicht ist einfach so geil aus von der seite guck mal an schulme 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 2.000 euro 2.000 euro es gibt es weißt du dass es ein goldenes apple äh goldenes iphone gibt ja das kostet irgendwie eine milion euro muss lassen einen skin gibt den man bekommt wenn man eine grafikkarte kauf für über 1000 euro da oben auf der burg ist eine truhe man sieht die zone fast gar nicht siehst du das wenn du auf der karte guckst ja also ich bewege mich gerade mein gott alter wäre ich jetzt tot gewesen weil ich so weggeboost wurde von den drecksteilen ich habe nicht einmal war für da auf dem berg sehe ich keine gegner ja aber ist nur ein drop loot und hier waren ein einziges gegner hingebaut also hier waren mal gegen da sind zwei oh mein gott alter ja da kommt ein flugzeug ja ich habe einen reisegeld gegeben dem fahrer was doch mann ich liebe dieses scheiß Digga hä ja komm ist klar zwei flugzeuge gehen auf mich ist klar wahrscheinlich haben wir das nicht gebraucht sollte hä Bruder ja genau wahrscheinlich findet er mich da unten wie ich hab langsam kein bock mehr alter ey junge was das für ein flugzeug nicht rausbringen das hat nichts mit es gibt junge weißt du ich check das nicht ich check das nicht alle flugzeuge gehen auf mich alle team die oder was guck dir diese keks an alter die kriegen gar nichts alter nur flugzeug die können nicht auf so flugzeug fliegen alter ja genau genau nur auf uns was hat mir denn getan der hat mich einfach vom berg runter gepostet der hat mich einfach vom berg runter gepostet der hat mich gestorben der hat ich wusste gar nicht dass ein flugzeug durch den lootblock fliegen kann der ist einfach nur in mich reingeflogen und ich bin weg gepostet wegen die haben das genervt genervt heute können wir rausnehmen ja da war das schwert nehmen sie raus jetzt ist genau so scheiße mit dem flugzeug hat man schon gesehen das schwert raus ich bin damit eingeladen auch nicht dieser sechse alter ja ich werde jetzt den stream tschüss